Auf Streife. Paul Richter und sein Kollege Holger Detlefsen haben gerade einen Routine-Einsatz am Bahnhof Köln-Ehrenfeld beendet. So, Personalienfeststellung für die KVB gemacht. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen Streife fahren und hoffen, dass wir noch einen anständigen Einsatz kriegen. Wow, 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 wow. Was? Hey! Die Schreifelzen sind hier. Jetzt verstehe ich schon. Ich saß hier vorne kurz und hab... Machen Sie, ich steh. Oh Gott, helfen Sie mir, es kann nicht weit weg sein. Ich hab nur Zuckerstreu erholen wollen und bin dann zurück und dann war das Baby weg. Irgendjemand muss es mitgenommen haben, ich weiß es nicht. Aber irgendwo muss es hier noch sein. Es war nur ein kurzer Moment. Helfen Sie mir? Ja, wir helfen Ihnen. Haben Sie irgendwas gesehen, dass jemand ein Baby aus dem Wagen genommen hat? Nein, ich hab das gesehen. Kein Baby. Also Sie saßen hier. Ich saß hier vorne, es war nur ganz kurz. Und hier war auch niemand. Hier war keiner mit dem Baby. Ich hab nichts gesehen. Ich war ganz alleine hier. Irgendwo muss es doch noch hier sein. Ich guck mal, die Autos gerade an. Guck mal auf die Autos. Ich fokke mal bitte. Wir gehen schon mal zum Hotel. Geht's Ihnen denn gut? Ich sehe... Ja, so gut ist es auch nicht. Ich habe gerade eine richtig dolle Backpfeife bekommen. Wie gesagt, von dem Herrn Gregor Neumann. Und es geht ja auch um eine Leihmutterschaft. Und es ist ganz komplizierte Geschichte. Also fangen Sie von vorne an. Erstmal, ich will auf jeden Fall das Geld nicht mehr haben. Das lege ich schon mal auf den Tisch. Also es ist so gewesen. Sagen Sie mir doch bitte auch mal, wie Sie heißen. Helena. Helena Schulz. Okay, Frau Schulz. So. Ich habe Geldnot gehabt vor längerer Zeit. Und ich habe im Internet gelesen, dass man durch Leihmutterschaft, dass man sich Geld verdienen kann. 20.000. Die sind auch hier, die will ich nicht haben. Und da war ein Pärchen, die haben mir angeboten, wenn ich denen ihre Eizelle eingepflanzt bekomme, in Israel, weil hier ist ja Leihmutterschaft nicht erlaubt. Das stimmt, ja. Dann bekomme ich von den beiden 20.000 Euro. Ich möchte das aber alles nicht mehr. Ich habe Gefühle für das Kind aufgebaut, was ich ausgetragen hatte. Und ich möchte, wenn es geht, das Kind behalten. Ich wollte jetzt mit dem, naja, Käufer des Kindes, mit dem Vater, der das gerne hätte, von der Frau Neumann, Herrn Gregor Neumann reden. Ich bin gerade zu ihm und da hat er mir im Handgelange, weil ich sein Gelände verlassen sollte, richtig einen geklatscht. Und gut, ich kann ihn verstehen, er ist auch aufgewühlt, aber ich möchte das Baby bitte behalten. Das ist ja sowieso hier nicht erlaubt in Deutschland, oder? Das stimmt, also Sie haben das Kind ausgetragen. Ich habe das ausgetragen, mittlerweile sieben Monate alt, der kleine Anton. Okay. Und wenn es geht, könnte ich das bitte behalten. Guten Tag. Guten Tag. Gregor Neumann mein Name, ich möchte eine Anzeige erstatten, gegen meine Helena Schulz, wegen Hausfriedensbruch. Gregor Neumann haben Sie gesagt. Genau. Herr Neumann, kommen Sie bitte mal rein. Mhm. Nehmen Sie kurz Platz. Okay. Jetzt kümmert sich sofort jemand um Sie. Oh, Tegar? Ja? Kommst du bitte mal raus? Ja, okay. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, danke. Was ist denn? Gregor Neumann? Ja. Der Herr ist gerade reingekommen, sitzt in der 5. Okay. Und möchte auch Anzeige erstatten. Okay. All dann, ich lasse Sie mal sitzen. Dann gehe ich mal rüber. Kümmer dich mal um den Herrn. Alles klar. Sie sind Herr Neumann? Ja, ich bin Herr Neumann. Sie möchten Strafanzeige erstatten, oder wie? Wegen Hausfriedensbruch. Gegen? Ja, richtig. Gegen Frau Helena Schulz. Okay. Das ist interessant. Weil? Was ist denn passiert? Ach, diese Person ist fast gewaltsam in mein Haus eingedrungen. Und wollte das Haus nicht verlassen. Hm. Ich habe sie rechtliche Male aufgefordert zu gehen. Und sie wollte nicht. Also das Interessante ist, dass die Frau Schulz bei uns sitzt? Ach, ist sie auch schon hier? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich meine, sie hat ja ein schönes blaues Auge. Ja, es tut mir leid. Ja, das stimmt. Also Sie werden ja beschuldigt, im Endeffekt eine Körperverletzung begangen zu haben. Ja, ich weiß. Dass es das auch Ihnen vorgeholfen hat. Ich habe überreagiert. Ja, es tut mir leid. Ich habe sowas noch nie gemacht. Es ging erst mal um eine einfache Körperverletzung. Und dann erschien jedoch sogar der Täter eigenständig auf der Dienststelle. Doch das, was dann kam, erforderte schnelles Handeln. Ja, jetzt beruhigen Sie sich. Wir werden das schon finden. Oh Gott. Kann das zu für den Schnuller von Ihrem Kind sein? Ach, der Schnuller. Ja, da muss gleiches nach oben. Wir haben Schnuller an der Treppe, wir gehen mal nach oben. Ja, komm nicht mal runter. Ach, Gott sei Dank sind Sie da. So ein Irrer mit einem Kind auf dem Arm. Ist einfach in mein Zimmer reingestimmt und hat mich rausgeschmissen. Ein Irrer mit einem Kind auf dem Arm? Wie sah ihr denn aus? Ja, relativ groß, tätowiert. Hat er vielleicht irgendwie Piercing? Ja, das kann nur der Lebensgefährte von Helena Schulze sein. Das ist der André Busse. Wer ist Helena Schulze? Ja, wir haben ein Kind adoptiert von den Zweien. Also die Beschreibung passt auf ihn. Okay. Er hat... Wer heißt Schulze? Nee, die Frau heißt... Die Frau heißt Schulze? Helena Schulze, er heißt André Busse. Welche Zimmernummer haben Sie? Nummer 7. Er hat es bestimmt mitgenommen. Ich habe Informationen von Holger und Paul bezüglich des Falles hier. Die sind gerade im Hotel, wo sich dramatische Szenen abspielen. Und zwar ist da ein André Busse. Und jetzt halte ich fest, der vermeintliche oder nein, der sichere Lebensgefährte von deiner Frau Schulze drüben. Und der ist mit einem kleinen Baby in einem Hotelzimmer und hat sich da verschanzt. André Busse? André Busse. Ähm, ich gehe mal rüber. Ja, ich bleibe hier, okay? Bleiben Sie bitte hier. Was für ein kleines Kind? Ein Baby, ja. Bleiben Sie mal gerade zurück hier. Stellen Sie sich ruhig mal hier. Na, auf jeden Fall weg von der Tür. Ja, mache ich. Herr Busse? Nein. Herr Busse, die Polizei. Das ist mir egal, nein. Herr Busse, was ist mit dem Kind? Was für ein Kind? Wenn Sie Anton meinen, das gehört Helena. Okay, geht's dem Kind gut? Klar geht's dem Kind gut. Das will zu seiner Mutter. Wir würden das gerne einmal sehen. Machen Sie einmal die Tür auf, damit will das Kind sehen. Nein, ich mache nichts Tür auf. Sie nehmen mir das Kind weg. Herr Busse, da reden wir drüber, wenn Sie die Tür aufgemacht haben. Nein, das Kind schriegt zu Helena. Das Kind will zu seiner Mutter, wo es hingehört. Ja, wir stehen vor der Tür. Die ist verschlossen. Der Herr Busse ist mit dem Baby da drin. Ganz schlechte Situation für uns. Und wir hoffen, dass dem Kind nichts passiert. Frau Neumann? Ja? Wir haben ein Problem. Ihr Lebensgefährte hat Ihr Baby. Der muss sich in irgendeinem Hotel befinden und muss Ihr Baby haben. Genau. Okay. Können Sie sich das erklären? Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Wie kommt der jetzt an das Baby? Das ist doch bei der Tölerisse. Passen Sie auf, Sie nehmen das Handy, rufen den an. Und dann beruhigen Sie den. Ich weiß nicht, was der mit dem Kind vorhat. Aber Sie müssen den beruhigen. Sie müssen dann irgendwie dazu kriegen, dass er sich beruhigt und dass er Ihnen sagt, was sein Plan ist. Ich rufe den André jetzt einfach mal auf Lautsprecher an. Einen Moment. Ich sage den Kollegen Bescheid in der Zwischenzeit. Genau. Tief Luft holen. Das Kind nicht wegnehmen. Das wird keiner mehr wegnehmen. Das Kind geht zurück zu Helena. Okay, verstanden. Das müssen wir aber anders klären, nicht durch eine Zuge-Tür. 5263, ich fühle mich zu schreien. Wer hört dich, komm. Ich rufe das nur Händen ab. Folgt zur Info, er gleich hüpft von Hand rein. Wir haben die Blitzpartner hier, die versucht, ihn zu beruhigen. Ja, verstanden. Ja, was ist denn? André, was ist los? Was machst du? Hast du das Baby? Und wie funktioniert das? Ich habe den kleinen Anton und ich, 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 ich habe ihn mitgenommen. Und jetzt ist die Polizei da. Ich bin hier in unserem Hotel, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ja, sag mal, jetzt beruhig dich doch mal. Fass doch mal einen klaren Gedanken. Bist du irre? Man muss das doch auf rechtlichen Wege machen. Jetzt erzähl mir doch, was passiert ist genau. Gib das Baby am besten ab. Komm hier hin. So wollten wir das doch nicht machen. Ja, aber der Kerl soll doch bei uns sein. Ich, 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 ich muss mir nicht anders zu helfen. Und die Polizei ist direkt hier vor der Tür. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Hören Sie auf die Helena. Die haben Sie am Telefon, das ist richtig. Ja, ich habe die Helena. Ja, hören Sie auf die Mutter. Machen Sie, was die Ihnen sagt. Jetzt komm bitte hier zur Polizeiwache und bring den kleinen Anton mit. Also so werden wir kein glückliches Leben führen können. Die ist die Polizei hier drin. Die, 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 die. Aber beruhig dich doch mal bitte. Jetzt ganz ruhig. Gib denen das Baby. Mach alles, was die sagen. Und dann gucken wir weiter. So können wir das nicht machen. Gib sie mir den Schlüssel. Gib sie mir den Schlüssel. Oder gib sie Kollegen. Ich mach auf. Bitte gehen Sie weg. Bitte gehen Sie weg. Gehen Sie vom Fenster zurück. Gehen Sie sofort vom Fenster zurück. Helena. Geben Sie dem Kollegen bitte das Kind. Helena. Geben Sie mir mal das Kind. Geben Sie dem Kollegen mal das Kind. So, und dann können Sie mit Helena telefonieren. Während Polizeioberkommissar Paul Richter den Mann festnimmt, sichert Polizeihauptkommissar Holger Detlefsen das Baby. Zeit für eine Erklärung nach dieser Verzweiflungstat. So, Sie sind beschuldig am Strafverfahren. Sie dürfen nicht einfach Kinder wegnehmen. Das ist nicht Ihr Kind. Ist das nicht Ihr Vater? Ich bin auch nicht der Vater, aber ich bin der Freund von der Mutter. Was machen Sie denn für ein Seibel? Was soll das denn, Mensch? Das ist nicht Ihr Kind. Helena ist unglücklich. Sie hat das Kind unrechtlich-rechtsmäßig genommen. Sie wollte den Vertrag nie unterschreiben. Okay. Und jetzt haben Sie gedacht, Sie regeln das oder was? Das Kind soll zu seiner Mutter. Ja, können Sie ja nicht entscheiden. Aber die können auch nicht entscheiden, das Kind wegzunehmen. Helena ist total unglücklich. Ja. Sie beruhigt das Kind jetzt. Ja. Na, und dann nehmen wir ihn mit auf die Wache. Nee, wir nehmen Sie mit auf die Wache. Ja. Und da kommt ja noch ein zweiter Streifenwagen. Passen Sie auf. Ihre Lebensgefährtin hier, die Helena Schulze heißt die, ne? Ja. Die sitzt bei uns auf der Wache. Deswegen wussten wir, dass wir mit Ihnen telefonieren. Sie fahren jetzt immer auf der Dienststelle mit einem anderen Streifenwagen und dann kommen wir weiter. Am Schluss haben wir Verständnis für Herrn Busse, dass er in einer schwierigen Situation war und deswegen auf die Idee gekommen ist, das Kind zu entführen. Nichtsdestotrotz ist das eine schwere Straftat und er wird die Strafe dafür tragen müssen. Paul Richter informiert die Leitstelle über die Befreiung des Babys. Dort beteuert gerade die Leihmutter des Kindes, dass sie keine Ahnung von der unverantwortlichen Aktion ihres Lebensgefährten hatte. Ja, der Streifen ist dabei. Ja, schön, endlich. Prima. Prima. Verbestet hat ja. Wie geht's euch? Ja. Alles in Ordnung? Ist alles gut. Aber ist noch so aufgeregt. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Brauchen Sie sich alles mal hinsetzen vielleicht? Ja, geht's mal los. Alles gut. Ist jetzt alles gut. Bis die Frage der Mutterschaft endgültig geklärt ist, verbleibt das Baby bei dem Ehepaar Neumann. Diese gewähren der Leihmutter Besuchsrecht.